Hallo, mein Name ist Peter Hedrich und ich bin professioneller Posaunist. Ich freue mich hiermit mein erstes Übungsheft Drombone Do vorzustellen. Drombone Do stellt so etwas wie den kleinsten gemeinsamen Nenner der wichtigsten Übungen für das Posaunenspiel dar. Da man bei der großen Fülle an Warm-Ups, Routinen oder sonstigen Heften für Posaune leicht den Überblick verliert, habe ich versucht mich bei Drombone Do auf das Wesentliche zu beschränken. Wesentlich bedeutet für mich die Dinge, auf die ich in meinem Alltag immer zurückgreifen muss, wie Sound, Verbinden von Tönen, sei es Lippenbindung oder Legato und Anstoß. Diese Reduktion des zu übenden Materials hat den großen Vorteil, dass man sich ganz auf die eine Sache konzentrieren kann. In meiner Übepraxis habe ich die Erfahrung gemacht, dass man die größten Fortschritte macht, je konzentrierter und aufmerksamer an den Basics gearbeitet wird. Ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi, Drombone Do ist für jeden geeignet. W-E-R-D-V-E-O-T. W-E-R-D-V-E-R-B-E-A-N-D-V-E-A-N-N-G-M-E-C-H-T. W-E-R-B-E-A-N-G-M-E-R-E-A-N-G-M-E-R-B-E-A-N-G-M-E-A-N-G-M-E-R. Vielen Dank.